Die neue Produktion der Studiobühne steht kurz bevor. Soll ich sie anheben oder nicht, dann probiere mal die Schuhe einzusetzen. Ja, passt. Das ist ein Monolog von einer Schauspielerin, die Bulimie hat. Und sie beschreibt in diesem Monolog ihren Alltag mit allen Höhen und Tiefen. Soll ich sie anheben oder nicht, dann probiere mal die Schauspielerin. Soll ich sie anheben oder nicht, dann probiere mal die Schauspielerin. Soll ich sie anheben oder nicht, dann probiere mal die Schauspielerin. Ja, also diese Produktion war und ist sehr intensiv. Und macht allen Beteiligten wahnsinnig viel Spaß. Und wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Kommt und lasst euch überraschen. Kommt und los. Kommt und los. Kommt und los. Kommt und los. Untertitelung. BR 2018